Dringil König Dringil König Gibt An den guten Ekundario Das ist ja hier dieser eine Der gibt Kompetenzbonus von plus 5 auf Wahrnehmungswürfe Das ist bei Dringil besser aufgehoben als bei Ekundario Und Wenn die tödliche Zielgenauigkeit aktiviert ist Dann kriegt man einen Bonus auf die Angriffswürfe Und diese tödliche Zielgenauigkeit macht ja gerade Einen Malus auf die Angriffswürfe zugunsten der Schadenswürfe Das heißt, der Hut ist ziemlich gut. Man hat die gleiche Chance zu treffen wie ohne tödliche Zielgenauigkeit, macht aber mehr Schaden. Ja, aber so weit ist es noch nicht. Ist auch noch ein weiter Weg bis Level 15. Und dann das nächste war, mir wurde Angst gemacht, mehr oder weniger, vor dem Spruch, den ich hier so nebenbei mal erwähnt hatte. Und zwar war das der Spruch, ah, hier unten. Weggeschrei der Todesfee. Wirkst du diesem Zauberstöß zu einem magerschütternden Schrei aus der Kreaturen, die ihn hören können, außer dich selbst töten kann. Und diesen 10 Punkte Schaden pro Zauberstufe zufügt, krass. Was kann man dann dagegen tun? Ich hatte vorgeschlagen, dass man dann Schutz vor Schall macht. Oder auch Schutz vor Tod. Von Zauberresistenz des Ziels beeinflusst. Also Zähigkeit und Zauberresistenz und Schutz vor Schall und Tod. Aber das ist schon übel. Mir wurde angedroht, dass es viele Gegner geben wird, die das sehr gerne tun. Ah, da habe ich keinen Bock drauf, die so schnell zu treffen. Aber gut, wir machen in der Episode eh was anderes. Hier wird es keinen Todesschrei-Geheul geben. Denn wir werden in Anbetracht der Tatsache, dass es im Moment keine Questen zu erledigen gibt, tatsächlich uns in die Gerierungsgeschäfte stürzen. Die Gerierungsgeschäfte. Und da gucke ich erstmal nach, wer eigentlich was gerade macht. Meine Damen und Herren vom Rat, mal bitte antreten. Was macht ihr eigentlich Schönes? Valerie hat gar nichts zu tun. Der Michel hat nichts zu tun. Amiri hat nichts zu tun. Jubilus hat nichts zu tun. Harim hat nichts zu tun. Ach, nein, falsch, 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 falsch. Falsch, falsch, falsch. Ich muss ja hier gucken, nicht da. Hier ist ja der Zettel. Valerie hat nichts zu tun. Michel hat nichts zu tun. Amiri hat nichts zu tun. Jubilus hat nichts zu tun. Harim hat sehr wohl etwas zu tun. Lindsay hat nichts zu tun. Octavia hat nichts zu tun. Regonka hat was zu tun. Geschichten hat ja nicht. Also zwei haben was zu tun. Das muss man tun. Das geht ja sogar nicht. Geht mal hier weg. Da wir gerade an Ereignissen nur dasjenige haben, was ich mich ehrlich gesagt nicht zustatten traue. Wir hatten schon mal eine Gelegenheit, die dann irgendwie was Negatives hatte. Ich weiß nur nicht mehr, war das, als ich die Gelegenheit verkackt hatte? Oder war das, als ich die Gelegenheit gar nicht ergriffen hatte? Das war, als ich die Gelegenheit gar nicht ergriffen hatte. Richtig? Oh ja, da muss ich dran denken. Das war irgendwie jetzt mit diesem Seedrachen. Da habe ich mich noch so tierisch draufgelegt, dass ich eine Gelegenheit nicht ergreife und dann hier einen Mega-Debuff kriege. Also für meine damaligen Verhältnisse, das ist doch egal. Okay, also da muss ich mal drüber nachdenken. So, Projekte. Wir hätten Rangaufstiege zu machen, aber ehrlich gesagt würde ich ganz gerne die nächste Annexion durchführen. Das wäre die nördliche Nullmark. Dafür brauche ich 191 Baupunkte. Das ist da. Und dafür brauche ich, da kann ich zum Beispiel Valerie für nehmen. Ja, Valerie muss das machen. Ähm, andere. Das hier könnte Harim tun. Nee, kann er nicht, weil der ist einer der wenigen. Aber hier, Forschung der Fluchgedöns. Da kann Octavia mal eins machen, wenn ich jetzt eh gleich 14 Tage ins Land gehen lasse. Idealerweise macht sie jetzt eins, wo sie nur alleine was tut, damit ich dann Freiheitsgrade habe bei den übrigen. Das wäre dann das hier, Vordakai. Da braucht sie 150 Baupunkte für und ist 75 Tage lang beschäftigt. 75 Tage ist eine Menge Holz. Aber ja nun. Irgendwann muss man es ja mal machen. Da muss ich auch Baupunkte kaufen, weil das mit der Annexion nicht mehr reicht. Mach das mal, Liebes, damit das durch ist. Dann hast du was zu tun. Das hier ist Harim, können wir nicht machen. Hier Harim, Octavia sind belegt. Trainings. Bartholomeus Lebeda. Hihihi. Den Geschichtenerzähler als Kurator stärken. Das ist doch auch gar nicht so unverkehrt. Das könnte man bei der Gelegenheit auch gleich mal noch machen. Wie lange dauert das? 20 Tage. Das kann der Kurator mal selber machen. Er ist ja Kurator, richtig? Das hieß Kurator. Das hieß Kurator. Ganz sicher. Er hat jetzt einen Bonus von 12. Allerdings ist der Anführerbonus lediglich plus 5. Genau. Startet das. Dann läuft das mit parallel durch. Wirtschaftsprojekt hätten wir auch. Gut, Valerie brauche ich. Ah, der Michael könnte die helfende Hand machen. Was ist denn das? 150 Baupunkte. 14 Tage. Das wäre dann genau mit, äh, wieder, also, ne? Genau, deckungsreich mit dem Annektionsprojekt. Das ist gar nicht so schlecht. Also brauche ich da 150 für. Und was wäre das hier? Okay, das könnte ich eigentlich alles gerne parallel machen. Ich müsste dann aber das nicht mit Valerie annektieren, sondern mit Lindsay. Er muss es Lindsay machen, ist auch okay. Also ich brauche 100, äh, also 200 für die Annektion. 200 für die Annektion und was war es noch? Ne, hier. 200, 275, äh, 275, äh, 325, 425. 425 Baupunkte muss ich kaufen. Das mache ich mal gerade. Und da ist Hasshoff. Hasshoff heißt er. Verkauft mir 425 Baupunkte und ich verkaufe ihm, äh, 4 Schutzregeln plus 2, 2 Gürtel der Riesenstärke plus 4, 2 Amulette der natürlichen Rüstung plus 2, und 2 Stirnreife des verführerischen Charismas plus 2 und ein zerfettertes Buch. Das hier oben ist aus meinem Fundus, den ich für die nächste, ähm, Ausrüstungsoptimierungsepisode aufgehoben habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht brauchen werde. Und einer dieser Stirnreife war auch gerade in der Truhe drin, nicht identifiziert. Das ist wieder so ein komisches Geschenk, was in Abwesenheit des Königs irgendwie hier aufgetaucht ist. Und hier, das Buch, habe ich gesehen, habe ich doppelt gehabt. Deswegen auch einmal weg. Und so wird die Ausgabe gleich sehr, sehr, sehr viel erträglicher. Nur 12.000 knapp handeln. Und dann gucken wir mal gerade hier an den Marktplatz. Hier sieht es immer noch aus wie Sau, aber was mir aufgefallen ist, wir haben hier einen schicken neuen Wegweiser, oder? Den gab es doch in der Form früher nicht. Und mir ist aufgefallen, dass wir hier oben, da wo diese Denkmalbaustelle war, da ist das Denkmal weg. Dafür steht da ein Baum. Ein Bonsai, mehr oder weniger. Naja, ein Riesen-Bonsai. Wollte ich euch mal zeigen. Und jetzt geht's husch husch zurück in das Königreichsmenü. So, und jetzt, wie war das? Das waren Wirtschaftsprojekte. Vom Volk geschätzt. Das macht dann Valerie. Lauf los. Helfende Hand macht der Michel. Lauf los. Und das war das Einzige, genau, was ich noch machen wollte. Jetzt kommt die Annexion. Annexion. Halt mal mit. Wenn ich jetzt hier Annexion spiele, komme ich über den... Moment mal, das ist der 10. 14 Tage. 14 plus 17 sind genau 31. Ich komme damit genau auf den 31. Auf den Ultimo. Weil ich ja hier diese Befürchtung habe, dass eine nicht ergriffene Gelegenheit sich negativ auswirkt. Wie lange dauert die denn? 29, nee, 13 Tage. Ja, komm. Probier's halt. Ich sehe nicht, dass du das schaffen wirst, aber damit Zweck ist. So, jetzt aber. Annexion. Regionen. Und dann bitte die nördliche Narmark. Mit Lindsay. So. Go. Und neue Queste. Die Handwerker melden sich. Und jetzt Rapport. So, die nördliche Narmark wurde beansprucht. Klar, haben wir ja gemacht. Schlachtengeheul oder was auch immer das sein soll. Und die Grenzen von Gewirrland erweitern sich. Ja. Dann. Oh, Problemfehlschlag. Herr der Schmerzen. Eine reisende Verhörführerin, Hänkerin und Priesterin von Zon Koton bietet dem König ihre Dienste an. Die Halbelfin ist überzeugt, dass sich von den Gefangenen des Königreichs viel Letztliches erfahren lässt, sobald sie in ihren Händen ist oder sind. Der Marschall wies die Priesterin ab. Als Antwort entführte sie ein junges Mädchen aus der Hauptstadt und folterte sie zu Tode. So, was spinnt die? Die Untertanen sind erzürnt und die Verbrecherin ist ungestraft davon gekommen. Na, wenn die hier nochmal reinkommt, dann wird geführteilt. Aber ganz langsam. Ganz langsam und genüsslich. Gemeinschaft, Minus Eins, Stabilität, Minus Zwei. Nicht so toll. Aber verschmerzbar. Das hast du einen Gewürfelträger und gar gelegen. Scheiße. Das ist genau das Problem, was ich hab kommen sehen. Ich dachte immer, bei einer Gelegenheit kann man gar nicht so schlimm. Aber kann man. Naja, wir nehmen es einfach mit Fassung. Die Adelsheiser von Brevoi führe seit Generationen einen stummen Krieg. Als ihr Heimat zu gefährlich wird, schickt das Haus Orlowski seine gesamte Familie ins Ausland. Zusammen mit allen Dienern. Das große Haus wäre sicher dankbar, wenn der König ihnen Asyl gewährt. Das Haus Orlowski hielt den Minister für zu dumm und zu wenig listig, um die Familie zu beschützen. Gerüchte über die Unfähigkeit der Späher und Spione von Gwirland haben den Ruf des Königreichs nachhaltig gelägt. Oh, das ist so dumm. Das ist ja echt übel. Au, wau, wau. Also, Beziehungen minus zwei, Spionage minus zwei, Spionage minus zwei tut weh. Beziehungen minus zwei, naja. So, Forschung über das Wesen von Flüchen Armag. Das haben wir immerhin mal gemacht. Nach dem Betreten der Gruft seines legendären Vorgängers ist Armag offensichtlich verrückt geworden. Doch hat letztendlich die Last eines Fluches überwunden. Was könnte sich wohl darin ereignet haben? Wir sind uns nun sicher, Armag wurde vom verfluchten Schwert Ovinere Bahne beeinträchtigt. Der Fluch war die Quelle seines Wahnsinns. Doch er hat ihm irgendwie auch die Wahrheit gezeigt. Darin hat er die Stärke gefunden, gegen die Lügen zu kämpfen, die ihn umgaben. Das Wesen von Flüchen ist wahrlich erstaunlich. Sorgfältige Forschung würde sich bezahlt machen. Diese Forschung hat unser Verständnis von Arcana und göttlicher Magie verbessert. Göttlich plus fünf. Helfende Hand abgeschlossen. Und vom Volk geschätzt abgeschlossen. So. Naja, es war alles gemischt, sagen wir mal so. Was haben wir denn hier? Tempel fürs Volk Gelegenheit. Schwierigkeitsgrad 16. Das sollte jetzt mal Harim machen, weil er mit göttlich hinterherhinkt im Vergleich zur Wirtschaft und Jubilost. Harim, mach dein Ding. Helfende Hand, Tempel fürs Volk. Ja, mach das mal. Auch wenn du jetzt wieder Grotus-Zeug machst. Warnburg belagert. Problem. Warnburg wurde in das Verderben gestürzt. Ein Banditenanführer ist in den Wäldern an die Macht gekommen. Und versammelt immer mehr Banden unter seinem gestrengen Kommando. Die Jagd nach ihm ist wie die Jagd nach dem Wind. Derweil greift er weiterhin die abgelegenen Siedlungen in der Region an. Die Wache und die Miliz halten Stand. Sie benötigen jedoch Verstärkung. Sechs Tage. Schwierigkeitsgrad 24. Au, 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 au. Da muss ich den Michel schicken, damit das was wird. Ereignis starten. Warnburg wird belagert, scheiße. So. Neues Projekt. Erkundung der Nordgebiete. Achso, das kann ich wieder die Speyer losschicken. Ich schicke Speyer in die Randgebiete und in die nördliche Nahmark. Randgebiete ist hier Outskirts. Das ist da, wo Olex Handelsbosten steht. Und nördliche Nahmark haben wir gerade erkundet, um potenzielle Bedrohungen und interessante Orte zu finden. Ja, das können wir nebenbei machen. Nehmen wir den mit dem geringsten Bonus. Wobei, du hast ja einen Bonus noch von zwei, stimmt's? Richtig. Warte mal, komm. Dann mach du das. Weil das rollenspielerisch eher dein Ding ist. Gut. Ach, ist alles voll jung. Ich mach doch schon so viel und dann das. Ja, jetzt haben wir hier die neue Provinz. Und ich muss mal gerade auf meine Notizen schauen. Als Stadthalter der nördlichen Nahmarschen hat sich beworben und wurde auch, oder wird jetzt hiermit ernannt, der Quirling A. Tobler. Genau. Und er spielt das Spiel aber, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht allein. Das heißt, ich muss ihm jetzt hier ein paar Hilfestellungen geben. Denn die erste Frage, die er beantworten muss als Stadthalter, wo wird die Stadt in den nördlichen Nahmarschen gegründet? Also die Siedlung erst mal nur. Und wie soll sie heißen? So. A. Tobler. Ich mach das jetzt so. Ich geh jetzt hier mit der Maus über die einzelnen Spots drüber und sage jeweils eine Zahl. Also ich nummeriere die durch und du sagst mir dann anschließend in den Kommentaren, auf welcher Ziffer du die Stadt gegründet haben willst. Ich kann dir natürlich nicht sagen, wie die Stadt dann topografisch aussieht. Aber es ist klar, die Schildchen hier, die Positionen an einem Fluss, da hast du dann einen Fluss in der Stadtkarte. Die, wo wir mitten im Wald sind, die, wo wir mitten im Wald sind, die haben dann ganz viel Wald auf der Karte. Und was Besonderes sehe ich ja sonst nicht. Das hier ist alles noch am Fluss. Gut, das hier wäre irgendwie mitten im platten Land mit wenig Wald und ohne Fluss. Aber Gebirge hast du jetzt wahrscheinlich eher nicht. So. Wir nummerieren mal durch. Wir fangen hier oben an. Ich hoffe, ich vergesse keins. Das wäre ja eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, den haben wir schon, glaube ich, hier. Zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eins hatte ich 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tönt ist nichts. Also bitte eine Zahl von 1 bis 27 auswählen. Da wird dann die Stadt gegründet und einen Namen auswählen. Der sollte irgendwie zu den anderen Namen passen. Das heißt, vom Tonfall her irgendwie so ein bisschen Deutsch. Warnburg, Gewirrstadt, Siebenstädten, Narlwacht und Brandfurt. Das klingt ja weder englisch noch französisch noch irgendwie klingonisch. Deswegen da irgendwas dazu passendes wäre ganz nett. Auch bitte in die Kommentare schreiben. Und dann wird, sobald du das gemacht hast und ich dann wieder aufnehme, in der dann vorkommenden Episode, die Siedlung gegründet. Dann schauen wir uns die uns an. Und dann kannst du einen Bebauungsplan aufstellen. Gut, soweit dazu. Also das wird jetzt erstmal liegen gelassen. Und als nächstes haben wir eine Quäste gestartet, richtig? Annexion. Ah, hier, euer Land um fünf Regionen vergrößert, habe ich es gemacht. Jetzt wäre acht Regionen dran. So, Handwerker der nördlichen Narlmark ist gestartet. Nach der Übernahme der nördlichen Narlmark äußerten einige berühmte Handwerker den Wunsch, sich in der Region niederzulassen. Wir sollten dort eine Siedlung gründen und uns vor Ort mit ihnen treffen. Ja, das können wir erst dann machen, wenn die Siedlung steht. Gut. Dann müssen wir mal schauen, ob jetzt irgendwie Audienzbedarf ist. Es steht hier nicht drin, aber das will ja nicht viel heißen. Ist jemand da, der was will? Nein! Uh! Da steht wieder. Über den Tisch gebeugt. So, wir haben kein Ereignis, ob das sich zu kümmern wäre. Ich könnte jetzt mal Monatswechsel. Ich überspringe jetzt einen Tag, um in den neuen Monat zu kommen, um zu gucken, ob da irgendwas passiert. Nein, das ist nicht der Fall. Okay, dann machen wir weiter mit Regierungsgeschäften. Das wäre jetzt ein Rangaufstieg als nächstes dran. Rangaufstieg. Also Spionage hätte es am dringendsten gebraucht. Arkan. Aber da ist Madame ja unterwegs mit ihrer Fluchforschung. Allgemeinstabilität gefällt mir überhaupt nicht mit Regonga. Und ja. Das ist Jubilost. Das ist... Wer ist denn das? Das ist der Michel. Vergiss es. Linzi. Priester. Marschall. Marschall wäre interessant. Regentin wäre interessant. Ach, der Minister kann gar nicht. Hier, ekodalische Geist-Auswahl. Dann würde ich... Valery. Ah, Valery. Hat immerhin schon Rang 4. Ne, dann ist der Marschall dran. Regonga, komm mal her. Ich habe sonst nichts zu tun. Richtig oder falsch? Richtig. Starten. Da ist zwischendurch die Quäste Belieze von Warnburg abgeschlossen worden. Das muss man uns gleich anschauen. So, dann haben wir Stabilität auf Rang 4. Ja, schön. Wir haben... Warnburg wird belagert. Das hat der Michel gelöst. Loyalität und Stabilität. Ein Tempel für das Volk. Der Ratgeber war kompetent genug, den Bau zu organisieren. Es wurde keine einzige Münze gestohlen oder vergeudet. Ja, schön. Hat man ja schon mehrfach dieses Ereignis. Geheimer Vorrat in den Nordgebieten. Das ist... Unsere Speer haben in den Nordgebieten einen Schatz gefunden. Also, es gibt bei euch die Theorie, dass es hier heißt, müsst ihr vielleicht keinen Schatz gefunden. Das heißt, in den Outskirts und in den nördlichen Nahmarschen ist alles bekannt. Das war aber auch irgendwie logisch bei Trinkgillswahrnehmung. Aber schön, dass wir es hatten. Noch was? Der Geschichtenerzähler ist befähigt worden. Und der Kulonautgebieter. Ja. Jetzt würde ich mich erstmal dafür interessieren, was der Kurator jetzt für den Anführerbonus hat. Er hatte... Plus 5 hat jetzt plus 6. Hm. Naja. Ein bisschen mehr sein dürfen. Aber... Ist ja ein Kummerabot. Waljagdwale. Es gibt keine Wale in Quirland. Ein paar Seefahrer aus Ulven wollen Jagd auf Blutwale machen. Ja, aber nicht in Quirland. Und haben jeden eingeladen, sich ihnen anzuschließen. Die Unternehmung ist gefährlich. Doch wer teilnimmt, wird viel Ruhm ernten und den Namen des Königreichs weiterhin bekannt machen. Achso, man kann dann irgendwo dann Leute hinschicken. Schwierigkeitsgrad 21. Das kann nur Linzi machen. Für Gelegenheit 21. Das ist eine Chance. Die kann man haben. Selbst wenn du nur eine 1 würfelst. Jetzt sind wir bei 17. Das wird zumindest keine Katastrophe. Mach das. Neue Projekte haben wir nicht am Start. Ist jemand da, der mit mir reden möchte? Auch nicht. Schön. So habe ich es ja immer gewollt. Jetzt ist irgendwas abgeschlossen worden. Übrigens hiermit, mit dem Urteil der Götter, mit der Quester, die ich da abgebrochen habe, aus rollenspielerischen Gründen, habe ich mir wahrscheinlich den Weg verbaut, diese eine Errungenschaft zu bekommen. Es gibt eine Errungenschaft für alle Companion-Quests zu machen und da irgendwie die Loyalität sich da zu sichern. Aber das war ja Valeries eigener Wille. Also eigentlich kann man mir das nicht zum Nachteil auslegen. Aber wird man Spiel- und Errungenschaftsmechanisch wohl tun. Die Miliz von Warnburg ist abgeschlossen. Wieso ist das hier? Das ist doch Blödsinn. Ich habe dem doch eine zweite Chance gegeben. Hä? Den Unruhrstift haben wir doch eine Lektion erteilt, aber wird es ihnen nutzen? Wenn es wieder zu einer Revolte kommt, müssen die Miliz auflöst und die ganze alberne Idee wieder verworfen werden. Wenn sie sich aber als würdig erweisen, kann der entscheidende Moment kommen, dann zeigen sie vielleicht, dass all unsere Bemühungen nicht umsonst waren. Ach so, wenn ich dieses Projekt mit Hilfe vielleicht nicht gemacht hätte. Warnburg von der Belagerung durch die Banditen befreien. In Warnburg ist der Teufel los. Offenbar denkt ein neuer Bandenführer ernsthaft darüber nach, das Land für sich selbst zu fordern. Nun müssen die Miliz und die öffentliche Wache zeigen, was sie wert sind, aber sie können es alleine nicht schaffen. Sie brauchen Verstärkung. Wenn mir gesagt wird, dass sie es alleine nicht schaffen können und Verstärkung brauchen, dann schicke ich auch welche hin, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Und die Gelegenheit war da. Die Miliz von Warnburg hat die Kampftaufe bestanden und ihre Loyalität dem König gegenüber bewiesen. Die Einheimischen können nun beruhigt schlafen und die abenteuerlustigen Jugendlichen können ihre Energie nutzen, um das Gesetz zu wahren, statt es zu brechen. Warum das jetzt gescheitert ist? Dieser Quest wird es komisch. Aber die Quest insgesamt ist abgeschlossen. Dann hast du jetzt größte Serienkamera schon gemacht. Suche nach den Kundschaftern. Das ist auch schon etwas älter. So, noch irgendwas zum Anklicken? Ne. Äh, hallo? So. Ja. Nichts zu tun. Also machen wir den nächsten Anaufstieg. Wer wäre das denn? Beziehungsweise haben wir noch irgendwas zu machen? Harim könnte jetzt hier den göttlichen Schutz vor Gift machen. In beanspruchten Regionen. 100 BP. 20 Tage ist es aber. Das mit den Flüchen ist wichtiger. Die gesichtslosen Schwester. Dauert auch nur 45 Tage. Das auch nur. Familie Havanki. Jenna, Thanos und das haben wir schon längst. 45 Tage. Ich neige dazu, Harim auf so ein Fluchprojekt anzusetzen. Das hier, das kann erstmal liegen bleiben. Trainings. Da ist jetzt nichts dabei. Nur Bartholomeus und Lebeda. Wirtschaft habe ich nichts mehr zu tun. Rangaufstieg machen wir gleich. Ereignisse haben wir nicht mehr. Und Beanspruchen mache ich jetzt auch erstmal nicht. Also gibt es das nächste Fluchprojekt für Harim. Das ist jetzt die Thanasen. 45 Tage. Go. So. Rangaufstieg. Es wäre jetzt eigentlich Ekundario oder Octavia dran, aber die sind ja besetzt. Wo sind die hier? Durchgucken. Jubilost ungern. Der ist schon so gut. Michel ungern. Lindsay ist besetzt. Harim ist besetzt. Octavia ist besetzt. Valeria. Das ist ein guter Punkt. Oder Geschichtenerzähler. Also Gemeinschaft ist auf Rang 4 oder Kulturs auf Rang 3. Dann machen wir doch erstmal den Geschichtenerzähler. Weil der hat jetzt, der kriegt einen Mega-Bonus durch seine Ausbildung und jetzt durch den Rangaufstieg. Also Kurator. Also Kurator. Go. So. Kultur auf Rang 4. Wahljagd. Gelegenheiten erfolgreich oder triumphal löst. Bei Triumph ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja. Schön. Wahljagd. Fertig. Oh. Ereignisse. Ganz viele Ereignisse. Das ist nicht gut. Geprüfte Steilung. Sonst machen wir die Probleme an. Wir haben drei Probleme. Scheiße. Flüchtlinge. Einige unserer unzufriedenen Untertanen packen ihre Besitztümer zusammen und ziehen in friedlichere Lande. Das ist immer so. Es gibt immer Leute, die auswandern wollen. Du kannst nichts dagegen tun. Doch das junge Königreich braucht diese Leute. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Ich habe eine gute Auswahl an Leuten, die das machen könnten. Ich spiele euch gerade 16. Also das kriege ich hin. Das ist nicht das Problem. Da habe ich eine gute Chance. Ein Wald für die Elfen. Banden von Elfenrevolutionären, die sich die Zurückeroberer nennen. Sorgen vermehrt für Ärger und kleine Scharmützel. Die Fanatiker wollen die Welt von allen Nicht-Elfen befreien. Bitte? Angefangen mit dem Flusskönigreich. Ja, genau bei mir fangen sie an. Fang doch mal in... 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 was weiß ich wo an. Ah. Diese Rassisten müssen zurecht gestutzt werden. Schwierigkeitsgrad 26. Ist schon schwieriger. Da habe ich aber mit einem Mirin. Gute... eine gute... Beraterin. Ratten. Überall Ratten. In der Hauptstadt wimmelt es von Ratten. Gerüchte beschreiben Tiere in der Größe von Hunden. Und gebeugte Gestalten, die durch die Katakomben streifen. Klammer auf. Welche Katakomben? Fragezeichen. Klammer zu. Was könnte hinter dieser Invasion stecken? Die Lage muss unter Kontrolle sein. Wenn eh die Kornkammer der Hauptstadt leer ist und so weiter. Und die Pest um sich greift. Schwierigkeitsgrad 24. Uh. Okay. Da habe ich mit Jubilost einen guten... Wir setzen die Besten auf die Probleme an. Das wäre hier Jubilost. Das wäre hier Amiri. Das wäre hier... Der Geschichtenerzähler. Ja, der kann in der Geschichte erzählen. Schwierigkeitsgrad 16. Ja, das... Auf jeden Fall klappt das. 1 plus 15 gleich... Größer gleich 16. Geprüfter Stahlgelegenheit. In Miwon wird bald wieder ein Schwertfürstenturnier abgehalten. Der Wettbewerb bestimmt den gesellschaftlichen Status der Teilnehmer und ihren Einfluss in Miwon. Eine junge und ehrgeizige Kriegerin hat darum gebeten, von den Dienern des Königs ausgebildet zu werden. 27 Tage ist viel. Schwierigkeitsgrad 13. Das ist auch nur eine 50-50-Chance, dass... Ach, weniger. Ah, ist wieder doof. Das schafft doch wieder keiner. Von den Mäusen. Hm. Will einer was von mir? Ja, wer bist du? Du bist, äh, die Tierweil. Genau. Tierweil begrüßt dich. Euer Durchlaucht. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Handschuhe des Spickzettels. Und das ist doch nicht alles, euer Durchlaucht. Die Miliz von Warnburg ist stolz, berichten zu können, dass die Region von Banditen gesäubert und die Ordnung wiederhergestellt wurde. Wir haben ihnen einen so harten Schlag versetzt, dass sie bis nach Mendef geflohen sind. Das Volk weiß, dass es das alles euch zu verdanken hat. Hättet ihr uns nicht beim Aufbau der Miliz geholfen, würden uns diese verdammten Halunken noch immer berauben und abschlachten. Wir stehen tief in eurer Schuld, weshalb ich mich mit etwas ganz Besonderem erkenntlich zeigen möchte. Erstmal danke für euer Geschenk. Aber jetzt fängt sie mit ihrem Meisterwerk an, oder? Hoffe ich zumindest. Noch jemand, der was abgeben möchte? Nein. Ja, was bekommen? Das waren Handschuhe. Der Spickzettel. Info. Dies ist das Geschenk von Thirwael, loyalem Verteidiger von Warnburg und Hofmeister mit unvergleichlichem Wissen in Leverhandwerk. Diese Handschuhe gewähren ihrem Träger einen Glücksbonus von plus 5 auf Wissenswürfe. Natur, Religion, Welt und Arcanum. Das Wichtigste ist vermutlich der Stammgruppe. Wissen Arcanum. Was hast denn du hier? Achso, hast du schon. Wissens Arcanum. Okay, diese Handschuhe sind dann spezieller, dann behältst du die an. Wär es noch jemand, Wissen, das ist bei Wissen Welt, wäre Kochen bei dir. Wissen Natur, also du könntest sie anziehen. Ekundario wäre Wissen Natur. Knok, Knok, weiß gar nichts. Ja, ob der Michel oder Ekundario. Glücksbonus. Gucken wir mal kurz rein. Wissen Welt haben wir hier plus 19 und Wissen Natur hast du mehr, du hast plus 21. Das spricht dafür, dass du Michel zu geben. Michel, da hast du Handschuhe. So. Noch irgendwas? Nö. Episodien hat schon ein bisschen länger, aber wir machen mal noch eine Sache. Was wäre als nächstes an Wetten jetzt? Wir sind jetzt schon wieder fast im Winter, das ist total ätzend. Tja, geprüfter Stahl. Ich sollte jemanden drauf ansetzen. Die erste Mal gucken, in welchen Rang aufstieg ich jetzt eigentlich machen würde. Valerie. Das ist ja Valerie. Lindsay. Nee, dann eher Valerie. Immer noch Valerie. 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 Valerie und Valera. Ja, Valerie. Okay, das heißt, kann man jetzt hier die nächste Katastrophe einhandeln. Regonga. Das muss ja auch mal klappen. Wenn Regonga versagt, dann kriege ich Sachen in Stabilität abgezogen. Dann habe ich 72. Das finde ich weniger schlimm, zumal er noch diesen anderen Bonus hat, richtig. Er hat ja vier plus, äh, das sind ja, äh, zwölf, dreizehn, genau. Und wir haben doch hier oben noch dieses, dieses andere. Liebling der Massen. Helfe mit der Hand. Hier verbrechens Bekämpfer. Gehrt ein Bonus von plus zwei zur Lösung von Problemen mit dem Marschall. Also hat er eigentlich 15. Und beim 26er Schwierigkeitsgrad müsste er eine Elf würfeln. Naja, das ist annähernd eine Fifty-Fifty-Chance. Wir hoffen, das Beste drücken ihm die Daumen. Jetzt ist Valerie noch dran. Rangaufstieg. Ach, wo ist die denn wieder? Da. Du hast es auch nötig mit deinem Politikbereich. Go. Jetzt bin ich über den Monats-Ultimo gerutscht. Oh, Troubleshooter. 99 von 100. So. Gemeinschafthaft, äh, Rang 5. Problem Flüchtlinge. Triumph. So, einige unserer uns so viele Nudertan packen ihre Besitztümer und so weiter. Triumph. Der Ratgeber konnte die Leute... B-b-b-b-ba-ba. Der Ratgeber konnte die Leute zum Bleiben bewegen, um weiter für das Wohl ihrer Heimat zu kämpfen. Seine Worte sprachen den Patriotismus in ihren Herzen an. Loyalität plus 1, Kultur plus 3. Das hast du fein gemacht. Weiter. Ein Wald für die Elfen. Erfolg. Das waren diese Elfenrassisten, die alle Nicht-Elfen ausrotten wollen. Was ist eigentlich mit Halbelfen dann? Der Ratgeber hat eine erfolgreiche Razzia gegen die Zurückerobere ausgeführt. Viele Banditen haben Blut gelassen und die Truppen haben fast keine Verluste erlitten. Militär plus 1, Stabilität plus 2. Schön. Ratten. Überall Ratten. Triumph. Wow. Guckt euch diese Latternoten an. Wow. Hausstadtwimmel von Ratten und so weiter. Triumph. Der Kämmerer hat berühmte Kammerjäger aus dem Fünf-Königs-Gebirge angeheuert. Die Zwerge haben die Katakomben mühelos vollständig von allem Ungeziefer befreit. Darunter auch einem ganzen Nest. Von Wehrratten werden ein Nest von Wehrratten unter Querstatt. Ich weiß es nicht. Das hat auch nichts gekostet zu haben. Gemeinschaft plus 1, Loyalität plus 1, Wirtschaft plus 1, Beziehungen plus 2 und Stabilität plus 2. Jubelos, das war ja Hammer war das ja. War sowas von. So. Lediglich zwei Ereignisse. Der Kurator möchte sprechen. Das können wir gleich machen. Kavallerie von Finis Moor. Ein langfingriger Beamter aus Finis Moor ist bereit, eine Herde hervorragender Streitrosse zu verkaufen. Allerdings nicht über offizielle Kanäle. Kann der Minister ein solches Geschäft einfädeln? Wieso ist das ein Problem? Wenn ich ein Problem nicht angehe, sorgt das für einen Debuff. Aber warum sollte das hier inhaltlich zu einem Debuff führen? Das ist eigentlich eine Gelegenheit. Neun Tage Schwierigkeitsgrad 26. Das kann nur Ekundayo machen. Das wird in die Hose gehen. So. Kurator. Was hast du auf dem Herzen? Erzähl mal. Seid gegrüßt, euer Durchlaucht. Gestern ist etwas Merkwürdiges passiert. Ich bin bei meinem Abendspaziergang einem jungen Mann begegnet. Sein Name ist Lazio Messus, ein junger Komponist aus Absalom. Er hat mir erzählt, dass er seine Heimatstadt verlassen hat, um Inspiration zu finden. Die Geschichte eurer Thronbesteigung, euer Durchlaucht, hat ihn zutiefst beeindruckt. So sehr, dass er fest entschlossen ist, eine Oper darüber zu komponieren. Er hat um die Erlaubnis gebeten, im Palast zu wohnen und zu arbeiten, damit er euch als Figur dem echten Leben nachbilden kann. Ich wäre trotzdem dafür abzulehnen. Die Kunst muss frei sein. Er soll Dringil nicht realitätsgetreu abbilden, er soll Dringil geschönt und heldenhaft überzeichnet in der Oper darstellen. Durch das Leben hier wird er sich uns verpflichtet fühlen. Wenn er euch jeden Tag sieht, verliert er die leidenschaftslose Distanz, die jeder Künstler für einen klaren Blick auf sein Thema braucht. Er wird die Qualität eurer Entscheidung jetzt nicht begreifen, aber seine Freiheit wird ihm viel Gutes bringen. Eine Blume aus dem Gewächshaus verwelkt und stirbt beim ersten Anzeichen von Kälte. Unkraut am Straßenrand überdauert Dürre und Sturm, so stark sie auch sein mögen. Ja, gehe ich mit. Da trinke ich keinen Bock drauf. Wir dürfen uns nicht in den kreativen Prozess einmischen. Nicht einmal, wenn der Komponist uns darum bittet. Lazio wird nicht in meinem Schloss wohnen. Naja, Schloss ist auch zu viel gesagt, Dringil. Opportunist. Danke für euer Vertrauen, euer Durchlauch. Wir werden zu gegebener Zeit die positiven Auswirkungen sehen, die diese Freiheit auf den Künstler und seine Werke haben wird. So. Ist irgendwas Neues noch irgendwer? Ja, das ist Scheinia. Nein, nein, nein. Oh. Oh, 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 oh. Gegenstadt Lawine. Danke, Tulpe. Geh bitte. Geh, bitte, bitte, geh. Geh einfach. Danke. Huh. Tübchen. Was ist denn das eine Waffe? Ja, ach, nein, das ist auch schön. Das braucht kein Mensch, braucht das, aber kann man so verkaufen. Das kann man gut verkaufen. Steuerschapler wieder. Ja, danke. Vor dem Thron liegt irgendwas. Was liegt denn da? Habe ich gerade gesehen. Wir haben den Kurator gesprochen und haben jetzt neue Projekte. Das eine ist kultureller Fortschritt. Um 15% reduzierte Kosten von Gebäuden mit festem Kulturbonus. Barbaren Arena, Badenschule, Rathaus, Festival, Langhaus, Herrenhaus, Museum, Kundschafterloge, Königliches Museum, Theater, Stadthalle, Universität, Hafenviertel, 15%. Kannst nur du machen. Unterschützung des Vorhaben, der Vorhaben des Kurators. Er ist auf Rang 4. Das wäre eine gute Chance. Also er hätte eine gute Chance, dass er den nächsten Level abkriegt, den nächsten Rangaufstieg. Was anderes haben wir ja auch gerade nichts zu tun. Also Kurator wäre im Moment auf der Pole Position. Du hast zu tun. Du hast zu tun. Linzi... Beziehungen... Bisschen besser als Kultur. Immer noch Kurator. Michel, nö. Cameron, nö. Ja, Kurator wäre wieder dran. Dann kann ich ihm das Projekt aber auch nicht aufs Auge drücken. Soweit dringend geht's Überlegungen. Und hiermit ist die Episode zu Ende. Und weiter mit... Vielleicht der Stadtgründung in den nördlichen Nullmarschen. Oder diesem oder jenem geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin! Bisschen besser als Kultur. Das war das Chor. Alles klar, aber wir sehen uns im Moment auf SES. Das war' den Ort. Ich find, dass wir nicht über 60 Minuten sind. Es kann uns im Moment. Wir sehen uns im Moment. Vielen Dank.